Für mich ist Advent, dass wir jeden Sonntag eine weitere Kerze anzünden. Herzlich Willkommen zu unserer Video-Andacht im Advent. Noch immer werden die Nächte länger und die Tage kürzer. Und gerade in dieser Zeit hat man das Gefühl, es wird gar nicht mehr so richtig hell draußen. Und morgen am Winteranfang ist sogar der kürzeste Tag und die längste Nacht. Und ich finde, gerade in diesem Jahr ist es noch dunkler und finsterer als die Jahre zuvor. Der Dichter Wilhelm Rabe schrieb, wenn man auch allen Sonnenschein wegstreicht, so gibt es doch noch den Mond und die funkelnden Sterne und die Lampe am Winterabend. Es ist so viel schönes Licht in der Welt. Ja, der Advent ist die dunkelste Zeit im Jahr. Aber es ist auch die Zeit der schönen Lichter in den Straßen, in den Fenstern und in unseren Wohnungen. Und all diese Lichter erzählen von dem einen Licht, das nicht nur unsere Wohnung, sondern auch unser Leben und unser Herz warm macht und erfüllt. Und so feiern wir diese Andacht im Namen Gottes des Vaters, der als erstes seiner Werke das Licht schuf. Und im Namen Jesu, der als Licht in die Welt kam. Und im Namen des Heiligen Geistes, der unser Licht und unser Leben erfüllt. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Advent, das riecht für mich nach Zimt und Honig, nach Orangen- und Kerzenduft. Advent, das schmeckt nach Vanillekipferl und gebrannten Mandeln, nach Lebkuchen und nach Punsch. Advent, das heißt aber auch oft von einem zum nächsten hetzen, aber auch immer wieder sich Zeit nehmen, innehalten, für eine Tasse Tee und ein gutes Wort. sich besinnen auf das, was wirklich zählt. Und was bedeutet Advent für dich? Wenn bei uns die alte gusseiserne Fleischmühle ausgepackt wird, dann ist Adventszeit. Wir benutzen die Fleischmühle noch für Spritzgepäck. Da gibt es extra einen Einsatz dafür. Und beim Spritzgepäck, da helfe ich immer. Drehe und kurbel und drücke so den Teig durch. Dann wird in der Adventszeit weihnachtlich geschmückt. Am Adventskranz wird Sonntag für Sonntag eine Kerze mehr angezündet. Und so läuft das ganze Leben auf Weihnachten zu. Das Ziel Weihnachten ist auch gar nicht zu verfehlen. Und es ist für uns ja auch kein kurzes Ziel von wenigen Tagen, sondern da beginnt die Weihnachtszeit. Und die dauert mehrere Wochen. Wir essen jetzt in der Adventszeit schon fleißig Plätzchen. Und wenn sie nicht bis Weihnachten reichen, dann wird die alte gusseiserne Fleischmühle nochmal ausgepackt. Und es wird nochmal gebacken. Die Vorweihnachtszeit im Waldkindergarten ist immer eine sehr besondere Zeit, die wir sehr, sehr genießen. Aber leider müssen wir auch hier manchmal feststellen, dass das Wesentliche, was eigentlich Weihnachten ausmacht, immer mehr in den Hintergrund gerät. Nicht selten haben Kinder zwei oder drei Adventskalender und werden überschüttet mit Geschenken zu Nikolaus und zu Weihnachten. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir uns bewusst gegen einen Adventskalender entschieden und haben eine alte Tradition wieder aufleben lassen, den Wichernkranz. Erfunden wurde dieser von Johann Hinrich Wichern 1833. Er war Theologe und Sozialpädagoge in Hamburg und hat das Raue Haus mitgegründet. Es wurde eröffnet, um Kindern eine Betreuung zu bieten. Und natürlich haben sich damals die Kinder auch schon gefragt, wie lange dauert es denn noch bis Weihnachten? Und um ihnen eine Antwort geben zu können und es auch bildlich ein bisschen darstellen zu können, hat Wichern den Wichernkranz erfunden. Er hat ein Wagenrad genommen und hat darauf vier weiße, große Kerzen angebracht. Diese sollten die Adventssonntage symbolisieren. Und dazwischen hat er sechs kleine, rote Kerzen angebracht für die Werktage. Und jeden Tag wurde eine neue Kerze angezündet. Und so konnten die Kinder immer nachzählen, wie lange es noch dauert bis Weihnachten. Und diese Tradition machen wir wieder im Waldkindergarten. Ja, was ist mir wichtig in der Adventszeit? Advent heißt Ankunft. Ankommen im Advent in der Weihnachtszeit. Ich setze mich hin, komme zur Ruhe, trinke vielleicht mal eine Tasse Tee, lese ein paar Advents- oder Weihnachtsgeschichten und will Frieden schaffen. Frieden in mir und Frieden um uns herum. Vielleicht auch mal Plätzchen backen mit meinen drei jüngeren Enkelkindern. Das kann auch schön und friedlich sein. Das ist mein Beitrag zur Adventszeit. Hallo, ich bin der Laurence und ich und der Mats gehen eigentlich immer zur Hilde. Und wegen Corona dürfen wir das jetzt nicht. Darum haben wir Plätzchen gebacken und bringen das der Hilde manchmal. Und darüber hat sie sich sehr gefreut und dass sie sich nicht so alleine fühlt. Und darüber hat sie sich sehr gefreut und dass sie sich nicht so alleine fühlt. Und damit sie sich so alleine fühlt. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Der Heilungsleben mit sich bringt, der heilen Herz mit Freuden singt, gelohnt sei mein Gott, mein Schöpferreich und Gott. Und durch die Tür geht Urmacht weit, euer Herz zum Tempel zu bereit. Die Zeuglein der ganz Seligkeit steckt auf mit all das Lust und Feind. So kommt der König noch zu euch, der Heil und Schnee mit zugleich. Gelohnt sei mein Gott, voll Wart, voll Tat, voll Glück. Komm, oh mein Heiland Jesu Christ, mein Setz am Tür, dir hoffen ist. Komm, oh mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ. Komm, oh mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ. Komm, oh mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ. Komm, oh mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ. Komm, oh mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ. Komm, oh mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ. Komm, oh mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ, mein Heiland Jesu Christ. wir brauchen dich. Miteinander beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche dir, dass dir selbst in den dunklen Zeiten die kleinen Sterne auffallen, die glitzern und funkeln. Sie leuchten trotz der Finsternis um sie herum. Ich wünsche dir das Vertrauen, dass der Morgenstern schon leuchtet, noch bevor du ihn siehst. Ich wünsche dir die Zuversicht, dass das Licht wächst, weil Gott sich auf den Weg zu dir gemacht hat. So segne und behüte uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Seht, die gute Zeit ist nah. Gott kommt auf die Erde. Kommt und ist für alle da. Kommt, dass Friede werde. Gott kommt auf die Erde. Kommt und ist für alle da. Kommt, dass Friede werde. Kommt und ist für alle da. Kommt, dass Friede werde. Kommt, dass Friede werde. Kommt, dass Friede werde. Kommt, dass Friede werde. Mit die gute Zeit ist ja. Gott kommt auf die Erde. Kommt und ist für alle da. Kommt, dass Friede werde. Kommt, dass Friede werde. Kommt, dass Friede werde. Kommt, dass Friede werde. Seht, die gute Zeit ist nah. Gott kommt auf die Erde. kommt und ist für alle da, kommt, dass Friede werde, kommt, dass Friede werde. Untertitelung des ZDF, 2020